Wie ihr seht, sie ist da. Meine neue Kombimaschine ist diese Woche gekommen und klar geht es in diesem Video um diese Maschine. Am Montag wurde die Maschine angeliefert. Heute, wo ich das Video drehe, ist Donnerstag. Wenn ihr das Video seht, ist Freitag. Am Mittwoch kam der Monteur, hat die Maschine montiert. Mir war einfach die Zeit zu schade, die Maschine selbst aufzubauen. Das ist machbar, ganz klar, aber wenn man das selbst macht oder wenn ihr das selbst machen wollt, plant mindestens einen Tag Arbeit ein. Denn wenn man das nicht tagtäglich macht, dauert das länger, auch das Justieren. Ich habe deswegen den Service von Felder in Anspruch genommen, habe die Maschine montieren und justieren lassen. Da gab es ein paar Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben, dazu aber noch später im Video. So sieht die Maschine also aus, wenn der Fräsanschlag montiert ist und das Sägeblatt ausgefahren. Das wird natürlich so niemand machen. Ich wollte euch aber noch ein paar Sachen zum Fräsanschlag schon mal erklären, deswegen sieht die Maschine jetzt so aus. Ganz am Anfang des Videos will ich aber ein paar Kommentare vorgreifen, die garantiert kommen werden oder Fragen, die kommen werden. Erst einmal dazu, was auch schon öfter bei anderen Videos kommentiert wurde. Was hat das hier noch mit Hobby zu tun? Zunächst einmal muss man den Begriff Hobby sehr weit fassen. Jeder hat da eine andere Auffassung. Also, das hier ist schon eine relativ große Maschine, die kostet doch ein paar Euro. Zur nächsten Frage, die kommen wird, mit Zubehör, mit Anbauteilen, mit Werkzeug müsst ihr einen fünfstelligen Betrag einkalkulieren. Also vierstellig im ganz oberen Bereich vielleicht noch, aber es wird schnell fünfstellig. Das müsst ihr also einplanen für eine solche Kombimaschine. Das ist ja eine Maschine mit Fräse mit drin. Die sind teurer. Dann habe ich auch schon Kommentare bekommen, ja, Hammer ist Mist, Felder ist natürlich viel besser. Ja, aber auch teurer. Würde hier eine Felder stehen, wette ich mit euch, kämen Kommentare, Felder ist Mist, Altendorf ist besser. Ja, stimmt auch. Aber irgendwo will ich auch die Kirsche im Dorf lassen, deswegen ist es in Anführungszeichen nur eine Hammer geworden und keine noch teurere Maschine. Die war für mich schon teuer genug. So viel dazu, das sind die Kommentare, die garantiert gekommen wären. Vielleicht kommen sie trotzdem, keine Ahnung, aber dem wollte ich vorgreifen. Spart euch Arbeit, spart mir Arbeit. So, jetzt aber zur Maschine selbst. Die Maschine wird natürlich nicht so aufgebaut, angeliefert. Die stand auf einer Einwegpalette, wurde von der Spedition mit Hebebühne geliefert und vor die Tür gestellt. So läuft das, wenn man das per Spedition macht, ab. Ihr könnt, das war auch mein ursprünglicher Plan, das so terminieren, dass am gleichen Tag, wenn die Maschine kommt, auch der Monteur kommt, die eventuell sogar mitbringt, je nach Maschinengröße. Und der Monteur sich um den Transport in die Werkstatt kümmert. Das hätte bei mir nur funktioniert, wenn ich noch zwei Wochen länger gewartet habe, um diese Termine zu koordinieren. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich die Maschine vorab kommen lassen. So sah das dann aus. Die Maschine ist also gut verpackt, da stehen keine Teile über. Das vermeidet Transportschäden. Die Maschine ist auf dieser Palette festgeschraubt. Auch die Zubehörteile sind festgeschraubt. Das ist alles ordentlich gemacht. Bei mir ist es jetzt so, ich habe eine Tür, die ist etwa einen Meter breit. Ab einer Türbreite von 86 cm, also einer 86er Tür, sollte die Maschine passen. Bei mir war mehr Platz, ist also kein Problem. Ich habe vor der Werkstatt eine kleine Stufe und die Palette, auf der die Maschine stand, war etwas niedriger. Also habe ich mit einem Hubwagen die Palette leicht angehoben, unterbaut, sodass es eine Rampe gibt. Noch ein Stück Sperrholz festgeschraubt, damit ich mir die Türschwelle nicht ruiniere. Und konnte die Maschine dann mit einem Hubwagen in die Werkstatt ziehen. Ich wollte euch die Bilder zeigen, damit ihr wisst, was auf euch zukommt, wenn die Maschine angeliefert wird. Oder wenn eine solche Maschine angeliefert wird. Falls ihr euch für sowas interessiert. Das Zubehör, das angebaut werden muss, sieht dann etwa so aus. Also das sind schon ein paar Kisten und Tüten und Kleingaraffel. Und das muss halt wie gesagt alles angebaut werden. Und dann steht die Maschine irgendwann so vor euch. Noch kurz zum Platzbedarf. Ihr braucht in der Länge bei einem 2 Meter Schiebetisch mindestens 4,50 Meter, um das vernünftig nutzen zu können. Besser sind 5 Meter, dann arbeitet es sich bequemer. In der Breite braucht ihr mindestens 3 Meter, besser auch 4 Meter. Bei 3 Metern könnt ihr halt nur begrenzt Werkstücke ablängen. Bei 4 Metern könnt ihr Werkstücke bis 2 Meter, 2,50 Meter locker hantieren. Ich habe die Maschine noch ein Stück von der Wand weggerückt, damit ich auch auf der Seite vom Sägeblatt große Abschnitte schneiden kann. Wenn ich also Platten trenne beispielsweise, das geht jetzt hiermit, das war ja auch ein Grund für die Neuanschaffung, dass ich Platten mit 1,25 x 2,50 Meter, also Kleinformatplatten, ohne vorzutrennen, hier schneiden kann. Das funktioniert. Das zum Platzbedarf. Gewicht beträgt mit Anbauteilen etwa 400 Kilo. Der Grundblock ist etwas leichter. Bevor ich den Fräseanschlag runter mache, erkläre ich ein bisschen was dazu, worauf man da achten muss. Was bei mir nicht so ganz geklappt hat, wo ich nochmal ran muss. Also so sieht der Fräseanschlag aus. Standard Fräseanschlag mit Alubacken. Ganz normal alles. Ich habe hier noch die Sicherheitsanschläge dazu genommen. Leider muss ich die wieder lösen und etwas unterbauen. Das hat der Monteur übersehen. Die haben nämlich hier einen Versatz. Da müssen noch Unterlegscheiben drunter, die auch dabei sind. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass der Monteur das nicht ausprobiert hat. Aber ja, ein paar Scheibenunterlagen legen geht. Dann sollte das passen. Ich habe jetzt einen Verstellnuter montiert mit 140 mm Durchmesser. Das funktioniert auch prima. Der lässt sich komplett schwenken. Allerdings müsst ihr bei diesen Werkzeugen aufpassen. Bei der Schwenkspindel. Nicht einfach schwenken und gnadenlos nach unten fahren. Denn in der Stellung könnte der Fräser mit Metallteilen im Inneren kollidieren. Je nachdem, wie hoch ihr den einsetzt. Dieser schöne 150 mm Falzkopf, den ich mir gekauft habe, muss ich wieder zurückgeben. Wäre zwar schön gewesen, mit solchen großen Werkzeugen hier zu fräsen. Aber bei 150 mm und dieser Fräserhöhe könnt ihr die Spindel nicht mehr komplett schwenken. Und dann wird es gefährlich, wenn ihr zu weit schwenkt, bis 30 Grad. Ich habe es ausprobiert, funktioniert das noch halbwegs. Dann fräst ihr in den Gusstisch. Das wäre nicht schön. Deswegen geht der 150er zurück. Und es kommt dann kleiner rein. Ist zwar schade, aber die Gefahr dann doch mal Stahl zu fräsen und auch die Option zu verlieren, die Spindel komplett auf 45 Grad zu schwenken, ist mir das mehr an Durchmesser dann doch nicht wert. Also geht der wieder zurück. Was auch keine Dauerlösung für mich ist, ist das hier. Das ist eine Standard-Schutzvorrichtung mit Andruckfeder. Das funktioniert grundsätzlich. Ich weiß aber jetzt schon, das macht mir keinen Spaß, hier mitzuarbeiten. Deswegen kommt früher als gedacht ein Vorschubapparat dran. Kann ich euch gerne zeigen, wenn der dann irgendwann da ist. Den werde ich heute, also ja, wenn ihr das Video seht am Freitag, wird der wahrscheinlich schon bestellt sein. Da muss ich nur schauen, wie funktioniert das mit der Abklappvorrichtung und der Tischverlängerung. Das sollte aber, denke ich, funktionieren. Denn ihr seht hier, da fehlt was. Hier muss noch eine Tischverlängerung ran. Da wollte ich eigentlich die eigene Verlängerung montieren, die ich noch habe. Aber es wird wahrscheinlich auf die Hammer-Tischverlängerung hinauslaufen mit, ich glaube, 81 cm oder 1,40 cm. Ich muss mal schauen, wie lange es die gibt. Also schon die große dann mit Stützfuß, da ich hinter der Maschine Platz habe. Das geht. So, ein Grund für den Wechsel zu dieser Säge war ja, die schlechte Absaugung bei meiner alten Säge und der kürzere Schiebetisch, der zu kurze für meinen Geschmack und der schlechte Sägeblattwechsel. Das hat sich jetzt hier erledigt. Die Absaugung ist hier wesentlich besser, vor allem von unten. Aber auch die Haube saugt ordentlich ab. Da geht also wesentlich weniger Dreck daneben. Der Schiebetisch ist, wie gesagt, 2 m von der Nutzlänge her. Bei der alten war das 1,20 m, das macht viel aus. Der Tisch läuft wunderbar. Und auch hier die Verstellung des Auslegers geht wesentlich einfacher als bei der alten Maschine. Der Sägeblattwechsel ist simpel. Da kommt man gut ran. Der Schiebetisch wird da hinten gefahren. Dann gibt es hier einen kleinen Schalter. Den drückt man nach unten. Und dann kann man hier die Abdeckung wegziehen. Hier seht ihr auch die Absaugung. Die ist so gemacht, dass lange, dünne Abschnitte die Säge normalerweise nicht verstopfen dürften. Das fällt alles hier unten ran. Hier ist Platz genug, da kann man das rausnehmen. Also das sieht auch schon mal sehr gut aus. Und es ist auch alles vernünftig abgedeckt. Ach ja, wenn das Ganze hier gerade offen ist. Hier ist jetzt eine andere Welle verbaut. Die kann auch Nutwerkzeuge aufnehmen. Da habe ich ja schon drüber gesprochen. Und der Nuter, den ich mitbestellt habe, passt definitiv nicht. Das ist der Nuter für die Tischfräse. Der funktioniert auch wunderbar. Lässt sich schwenken, habe ich euch ja gezeigt. Der passt aber nicht in die Säge rein. Auch wenn man die entsprechende Welle mitbestellt. Denn dieser Nuter hier hat nicht diese beiden Zusatzbohrungen, wie es die Felder Sägeblätter haben. Der Nuter für die Kreissäge hat diese Bohrungen, ist aber größer und lässt sich dann in der Tischkreissäge, in der Tischfräse, nicht schwenken. Wollt ihr also beides optimal nutzen, einen Nuter für die Tischfräse, der sich voll schwenken lässt, und einen Nuter für die Säge haben, dann müsst ihr zweimal einkaufen. Das ist schade, aber leider nicht zu ändern. Das heißt, ich muss den Nuter für die Tischkreissäge noch nachbestellen. So, jetzt zum Auslegertisch und dem Queranschlag. Ich habe den Anschlag meistens in der hinteren Position, da ich mit Fritz und Franz arbeite. Da funktioniert das sehr sicher. Ihr seht hier drei Ablänganschläge. Einer ist dabei, zwei habe ich zusätzlich bestellt. Einer bleibt wahrscheinlich immer hier am hinteren Ende. Da gibt es einen Endanschlag, da sitzt der. Und wenn ihr größere Maße, also über 1,34 Meter schneidet, dann zieht ihr den raus und der bleibt in Position. Und dann habt ihr hier auf der Skala wirklich das Maß, das ihr schneidet. Alle anderen sind dafür, oder die beiden anderen sind dafür da, wenn ich zwei Maße gleichzeitig schneide. Das vermeidet dann Ungenauigkeiten. Hier ist ein sogenanntes Gratrasterindex drin. Das erleichtert es euch, bestimmte Winkel einzustellen. Ihr löst hier die Klemmung. zieht diesen Stift nach oben, stellt den Winkel, den ihr haben wollt, ein. Und dann rastet dieser Stift hier genau in den Winkel ein. Ihr klemmt den Anschlag und dieser Winkel stimmt dann. Ihr könnt den Anschlag in der Länge verschieben. Das ist bei Gehrungsschnitten notwendig. Je nachdem, was ihr schneidet, damit ihr einfach mit dem Anschlagprofil näher ans Sägeblatt kommt. Und damit ihr die Skala nicht jedes Mal justieren müsst, gibt es hier einen Endanschlag. Anhand dessen ist die Skala einjustiert. Und wenn ihr das dann festschraubt wieder, dann passt auch eure Skala. Da werde ich noch zwei Verbesserungen vornehmen. Das eine ist, es gibt noch eine Tischverlängerung mit Rolle, die werde ich noch nachbestellen. Die wird einfach nur eingehängt. Und was ich bei der Zeitschrift Holzwerden gesehen habe, ist glaube ich ein Artikel von Christian Kruska-Kranich. Natürlich eine Ablage hier fürs Bedienwerkzeug. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist eine Stelle, da stört das nicht. Da kommt noch ein Deckel drüber, dass das Ganze nicht einstaubt. Und dann hat man sein Bedienwerkzeug auch für die Tischfräse immer schön hier griffbereit. Das hat mir sehr gut gefallen. Das werde ich auf jeden Fall noch nachbauen. Ja, soviel zum Ablänganschlag und dem Auslegertisch. Der ist natürlich abgestützt. Alles sehr massiv gebaut. Da kann man also auch mal große Platten drauflegen. So, jetzt zu den Handrädern. Das sind die, die dabei sind. Zwei Stück. Die werden hier aufgesteckt. Und dann kann man den Neigungswinkel des Sägeblattes und die Höhe, das Ganze für die Fräspindel auch, damit einstellen. Die werden auf jeden Fall getauscht. Ich habe ja zwei Anzeigeuhren mitbestellt. Die passen hier nicht rein. Da brauche ich also die Systemhandräder. Und da werde ich gleich vier Stück mitbestellen. Denn was mir gleich aufgefallen ist, dass mir diese Handräder hier überhaupt nicht gefallen. Erst einmal will ich nicht ständig umstecken. Dafür würden zwei Handräder reichen. Okay. Aber das hier ist mir einfach zu wackelig. Das gefällt mir nicht. Die Systemhandräder werden angeschraubt. Das ist mir wesentlich sympathischer. So, jetzt zeige ich euch den Bereich hier. Zunächst nochmal den Parallelanschlag. Das ist die massive Ausführung. Ich glaube, der ist auch so auf den Feldermaschinen teilweise drauf. Natürlich mit verschiebbarem Anschlaglineal. Wie sich das gehört, kann man auch umdrehen für einen flachen Anschlag. Der läuft auch sauber. Gar kein Problem. Hat hier unten drunter eine Rolle. Die kann man einstellen. Man merkt so ein bisschen den Übergang zwischen Gusstisch und Tischverbreiterung. Aber das ist okay. Liegt hier nicht sauber auf. Der hat auch eine Feineinstellung. Die habe ich mir etwas anders vorgestellt. Aber sie funktioniert. Ihr habt halt hier einfach den Feststellknopf. Und hier könnt ihr auch verschieben. Und ihr seht hier, die Feineinstellung läuft so ein bisschen mit. Das ist so gedacht, dass die Feineinstellung gedrückt wird. Dann dreht man und verschiebt den Anschlag. Leider geht das nicht, wenn der Anschlag geklemmt ist. Aber trotzdem, hier hat man eine super Anzeige. Das sieht man gut. Und kann den Anschlag vernünftig damit einstellen. Der ist auch, wenn der geklemmt ist, richtig stabil. Also da gibt nichts nach. Hier ist die Höheneinstellung für das Sägeblatt. Das läuft wirklich wunderbar leicht. Kann auch hier nochmal geklemmt werden. Beispiel, wenn ihr nutet und möchtet nicht, dass sich das verstellt. So, hier wird die ganze Maschine geschaltet. Ein-Aus, ganz klar. Hier ist der Modusschalter. Steht im Moment auf Sägen. Das wäre Fräsen im Rechtslauf. Fräsen im Linkslauf geht auch. Dann muss man diese Sperre hier betätigen und kann dann auf Linkslauf schalten. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist der Anlauf der Maschine. Nicht erschrecken, es wird jetzt etwas laut. Ich reduziere die Lautstärke im Video absichtlich nicht, damit ihr das Originalgeräusch mal hört. Also die Bremse haut schon ganz schön rein, aber das Sägeblatt steht dann auch wirklich verdammt schnell. Das war jetzt also ein kleiner Rundgang um die Maschine mit den wichtigsten Funktionen. Ich habe bis auf ein paar Probeschnitte noch nichts mit der Maschine gemacht. Ich wollte sie aber erst schon mal zeigen, direkt nach dem Aufbau, und ein bisschen was zur Lieferung, Montage etc. erzählen. So, jetzt eine kurze Zusammenfassung. Was hat mir nicht gefallen oder gefällt mir nicht? Also definitiv war ich von der Montage etwas enttäuscht. Da hätte ich mir etwas mehr Liebe zum Detail gewünscht. Dann ist mir auch aufgefallen, dass der Techniker selbst teilweise die Maschine nicht richtig kannte. Als es zum Beispiel um den Nutfräser ging, da wusste er nicht genau, wie der montiert wird. Es steht alles in der Bedienungsanleitung. Man kann das nachlesen, aber da hätte ich einfach ein bisschen mehr erwartet, dass die Techniker besser geschult sind. Die Maschineneinstellung ist okay, die der Techniker gemacht hat. Da muss ich wahrscheinlich nichts korrigieren. Der Schiebetisch könnte einen Tick tiefer sitzen, aber das wird sich in der Praxis, glaube ich, kaum bemerkbar machen. Der Transport in die Werkstatt war bei mir hier kein Problem. Da müsst ihr halt selbst schauen, wie das bei euch läuft. Und ja, bei diesem ganzen Zubehör, das es hier gibt, kann ich auch verstehen, dass ein Außendienstler nicht alles weiß, aber zum Beispiel die Sache mit dem Nutfräser, das sollte der Außendienstler eigentlich wissen. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht, was die Schulung der Mitarbeiter angeht. Aber ansonsten macht die Maschine erst einmal einen guten Eindruck. Was mir, wie gesagt, noch fehlt, sind Tischverlängerungen. Da gibt es eine für vorne und eine für hinten. Die wird an die Rundwelle angehängt. Die werde ich mir noch besorgen. Definitiv den Vorschubapparat. Der Fräser wird noch getauscht, der Profilfräser. Die Handräder werden noch getauscht. Und dann sollte das soweit alles so sein, wie ich mir das vorstelle. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Es wird zu der Maschine jetzt immer wieder mal ein Video geben, immer wenn ich was Neues habe, wenn zum Beispiel die Handräder da sind. Oder ich zeige euch da mal, wie der Verstellnut da genau auf die Säge montiert wird, etc. Aber ich werde jetzt die nächsten Wochen nicht nur Videos hier zu dieser Maschine posten, sondern immer mal wieder zwischendurch. Ich plane das Ganze auch als Online-Kurs mal zu machen, also Stationärmaschinen als Online-Kurs. Aber ich denke, das wird dann parallel zum normalen Online-Kursprogramm laufen, denn es gibt viele, die sich für solche Maschinen interessieren. Aber ich denke, nicht alle meine Online-Kurs-Teilnehmer interessieren sich brennend für das Thema Stationärmaschinen. Daher wird das wahrscheinlich, so wie es im Moment aussieht, ein Zusatzkurs werden, der parallel zu den Online-Kursen, zu den normalen Online-Kursen einfach läuft oder irgendwann einfach fertig ist und dann dort auf der Seite verfügbar sein wird. Mal sehen, wie das ist. Aber das normale Online-Kursprogramm wird darunter nicht leiden. Also es wird dann nicht wochenlang Online-Kurse zum Thema Stationärmaschinen geben. Dafür ist, denke ich, die Menge der Leute, die sich für das Thema interessieren, zu klein. Zumindest bei meinen Online-Kurs-Teilnehmern. Aber es wird was kommen. Es wird auch, denke ich, nächstes Jahr irgendeine Art von Seminar hier in der Werkstatt zum Thema Stationärmaschinen, also Hobelmaschine geben. Aber das ist alles noch nicht spruchreif. Kommt dann nächstes Jahr. Zum Thema Online-Kurse noch ganz kurz. Da läuft im Moment ja der Kurs zur Vitrine, zum Hobelschrank. Da geht es auch diese Woche weiter. Da werden die Rahmentüren gebaut. Auch spannendes Thema. Also Rahmentüren mit Falz- und Glasleisten wird Thema in der kommenden Woche sein. Also wenn ihr euch für diese Themen interessiert, hochwertiger Möbelbau, dann schaut euch mal meine Online-Kurse an. Ich habe euch das alles unten verlinkt. Ich habe euch auch noch ein Video zu dieser Maschine von Felder selbst verlinkt. Da seht ihr ganz viel von der Maschine, was es noch an weiteren Zubehör gibt. Und ja, schaut euch das mal an. Ist mit Sicherheit interessant für alle, die sich für eine solche Maschine interessieren. Das war es von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende und habt Spaß in eurer Werkstatt. Das war es von mir. Das war es von mir.